Die römische Gedenktafel aus Tübingen wurde 1534 von den Gelehrten Petrus Appianus und Bartholomeus Amantius gezeichnet und veröffentlicht. Die Gelehrten Petrus Appianus und Bartholomeus Amantius gaben 1534 eine Sammlung von Inschriften heraus. Die Sammlung beinhaltet unter anderem die Zeichnung eines mit der Ortsangabe Tübinge versehnen, also damals in Tübingen aufbewahrten und möglicherweise auch dort gefundenen Bruchstücks eines seitdem verlorengegangenen römischen Denksteins. Mit folgender fragmentarischer Inschrift Max in der VGM Germax der C. Max. A. Max. T. R. I. B. P. C. O. S. E. T. enthalten ist der Name des Kaisers Maximinus Trax, aber es fehlt der seines Sohnes Maximus. Die Inschrift gehört aufgrund der angeführten Siegesbeinamen in die Jahre 237 Achtel. In der zweiten Linie findet sich vor dem ersten M. eine Legatur von T. und T. eingefügt, die wohl nicht richtig aufgezeichnet wurde. Der Text der Inschrift wird so ergänzt. Maxina UGM Germax der C. Max. A. Max. Tri. P. C. O. S. Übersetzt lautet der Text der Imperator Cäsar Gaius Julius Faus Maximinus Augustus, der fromme und glückhafte Pontifex Maximus, größter Germanensieger, größte Daker-Sieger, größter Samaten-Sieger, Inhaber der Amtsgewalt eines Volkstribuns zum dritte Mal, zum fünfte Mal zum Imperator, akklamiert, Konsul, Vater des Vaterlandes pro Konsul und Gaius Julius Faus Maximus, der überaus edle Cäsar-Editionen. C. L. 13. 6.375 ist gleich 9.083. C. L. 17. 2. 655. F. H. G. Zix, die römischen Inschriften und Bildwerke Württembergs. Zweite Auflage. Stuttgart 1914 S. 283 Nr. 165.